Hallo zusammen, hallo Freunde, ich bin wieder da, hat viel Stress arbeitstechnisch, aber jetzt wird es wieder ruhiger, ja durch das ganze Umwetter, Hagelschäden und so weiter, gut, heute möchte ich euch mal verschiedene Spinning-Techniken zeigen, das heißt Spinning im Prinzip mit einem Drehteller, habe drei Bilder hintereinander gemacht, kleinere, aber vielleicht für euch zur Inspiration, gefällt euch das ein oder andere, vielleicht auch mal zum Nachmachen dann wieder, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns anfangen, was ich mir gemischt habe, ist Turquise Grün, Sienna gebrannt, übrigens Transparent von Amsterdam, Kamin Rot, meine Lieblingsfarbe vergessen fast, und dann habe ich aber als weißer Hintergrund, und zwar dieses Pearl Acryl Grün genommen, auch von Amsterdam, dass ihr das auch wisst, Silikon, das 300er Silikon, ganz normal, genommen, drei Bilder, hat Musik laufen lassen, weil es immer ein Hickhack, hin und her, die Bilder tauschen und so weiter, da muss ich nicht so viel schneiden, aber ihr habt Spaß dran, ihr lasst ein bisschen Musik laufen, ihr könnt euch auf die Bilder konzentrieren, dann lasst uns starten, also, dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.